Herzlich willkommen. Ich möchte heute ja über Podcasting-Grundlagen sprechen. Mein Name ist Christian Friedrich. Ich habe hier einmal meinen Twitter-Handle und die E-Mail-Adresse, falls ihr Fragen haben solltet, auch nochmal mit eingebaut. Bevor ich aber zu den Podcasting-Grundlagen komme, komme ich zu den eigentlichen Grundlagen eines Podcasts. Nämlich einerseits, was ist Podcasting und andererseits, wo finde ich die überhaupt? Also wo finde ich einen Podcast? Ganz praktisch gesprochen. Und ich habe mir zunächst mal die Quelle genommen, die die meisten ansteigen, wenn sie sich irgendeinem Thema annähern möchten, nämlich der Wikipedia. Und da wird ein Podcast definiert oder Podcasting definiert als das Anbieten abonnierbarer Mediendateien, die können Audio oder Video sein, über das Internet. Das heißt, ihr habt eigentlich nichts anderes, als dass ihr eine Audiodatei habt. Das ist eine Folge von Audiodateien wahrscheinlich oder Mediendateien und die könnt ihr in irgendeiner Art und Weise abonnieren. Und das tut ihr, auch das steht in der Wikipedia direkt im Anschluss an das, was ich hier gerade mitgebracht habe, dank von RSS-Feeds. Das heißt, ein einzelner Podcast besteht aus einer Serie von Medienbeiträgen. Das ist dann später, nennen wir das nur noch die Episoden. Und die bezieht ihr wiederum über einen Webfeed. Der ist meistens ein RSS-Feed und das automatisch. Das heißt, die Logik ist letztendlich, dass irgendeine Art von Endgerät, ein Mobiltelefon meistens, bei einem Server anfragt, hallo, hallo, hast du eine neue Datei für mich? Und dann sagt der Server, ja, habe ich. Und dann lädt sich wiederum das Telefon in dem Fall dann wiederum das runter. Sehr simpel dargestellt. Quelle habe ich hier verlinkt. Und die nächste Frage ist dann eigentlich, wo finde ich die Podcasts denn tatsächlich? Und da habe ich gerade schon gesagt, das spielt das Mobiltelefon eine durchaus große Rolle. Es gibt aber eben auch andere Möglichkeiten, sich da irgendwie schlau zu machen und einen Podcast zu finden. Und ihr seht hier in der ersten Zeile sowas wie, naja, ich habe zwei Beispiele dabei, die eher kuratiert sind. Da ist einerseits das Beispiel edufunk, findet ihr unter edufunk.fm. Das sind Podcasts, die sich im weitesten Sinne mit Bildung und Lernen beschäftigen. Das ist ein Netzwerk von PodcasterInnen, die sich zusammengetan haben, weil sie eben das Gefühl hatten, dass sie gemeinsam irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Sichtbarkeit, ein bisschen mehr Austausch, ein bisschen mehr Erfahrungsaustausch auch haben. Und die Podcasts, die ihr da findet, spielen sich im weitesten Sinne im Kontext Bildung und Lernen ab. Wissenschaftspodcast ist ähnlich, soweit ich weiß, gestartet als sowas wie eine Liste von Podcasts, die in irgendeiner Art und Weise mit wissenschaftlichen Themen arbeiten. Und die jetzt nach und nach auch stärker darüber nachdenken, in welcher Art und Weise sie auch vielleicht gemeinsam irgendwie arbeiten können und was für die Wissenschaftskommunikation zum Beispiel tun können. Die anderen beiden Logos, die ihr da seht, sind, glaube ich, eher den Podcast Nerds bekannt. Das eine ist panoptikum.io. Das ist sowas wie ein soziales Empfehlungssystem. Da können sich einzelne UserInnen anmelden und zum Beispiel angeben, welche Podcasts sie hören. Und dadurch kann wiederum die Plattform, die ein Open-Source-Projekt ist, auch wiederum anderen Menschen Podcasts empfehlen. Wenn du das hörst, dann interessiert dich vielleicht auch dieser Podcast. Und so ähnlich ist es ehrlich gesagt bei Fit, so spricht man es, glaube ich, aus. Ich glaube, Anja Lorenz hat mal den Witz gemacht, bei Fit steht das P für Podcasts. Aber auch hier ist es so, dass ihr im Prinzip eine Umgebung habt, ein Repository habt, in dem ihr Podcasts suchen könnt, in dem ihr auch selber Podcasts einreichen könnt, um die anderen auch zugänglich zu machen. Eine zweite, etwas anders gelagerte Logik ist die zweite Zeile, die ihr hier seht. Das ist einerseits die App von NPR, National Public Radio in den USA, also das Public Broadcasting Service. Und bei uns dann zum Beispiel sowas wie die App von DLF Audiothek. Oder eben, und da sind wir bei der unteren Zeile, wo viele Menschen ihre Podcasts hören, zum Beispiel bei Apple Podcasts, da habe ich jetzt hier mal das Logo mitgebracht. Inzwischen, so muss ich sagen, fast leider hören auch viele Menschen ihre Podcasts über Spotify, was natürlich einerseits Podcasting ein bisschen populärer macht, andererseits aber auch mit vielen der Features letztendlich nichts zu tun hat, wo es letztendlich um Podcasting geht. Google Podcasts ist da ähnlich. Was ich hier nicht gemacht habe, und das liegt daran, dass es da einfach eine Fülle von Apps und Lösungen gibt, ist, es gibt einen Haufen wirklich guter Apps, Podcatcher genannt oder Podcast-Apps genannt, die es euch ermöglichen, auch selber Repositories und einzelne Listen von Podcasts zu durchsuchen. Das heißt, ihr könnt im Prinzip irgendeine Podcast-App auf euer Smartphone installieren, da Podcasts abonnieren und die dann auch wiederum so feingliedig einstellen, dass zum Beispiel, wenn eine neue Folge kommt, dass ihr die automatisch, wenn ihr im WLAN seid, runterladet oder dergleichen. Das ermöglichen euch Podcasts-Apps, das ermöglichen euch aber viele andere Apps so in dem Format nicht oder viele andere Plattformen so in dem Format nicht. Was ich jetzt gemacht habe, um so mich Podcasting irgendwie in so Grundregeln ein Stück weit anzunähern, ist, ich habe das gleich eine dreigeteilt. Und zwar würde ich gerne einmal mit euch über Aufzeichnungen sprechen, im zweiten Schritt über sowas wie Postproduktion, also Schnitt und Nachbearbeitung. Und im dritten Schritt dann über Distribution eines Podcasts-Formats. Und ich steige direkt ein mit der Aufzeichnung und habe mir dafür ein Format ausgedacht, was so relativ typisch ist, nämlich zwei Menschen unterhalten sich und daraus soll ein Podcast werden. Ich habe das hier dargestellt, zwei Menschen, jeweils ein Mikro. Und da sind wir schon bei der ersten, ersten Grundregel. Versucht bitte, wenn ihr einen Podcast aufzeichnet, für jeden Mensch eine Tonspur herzustellen. Das macht euch das Leben, also eurer Zukunft. Ich würde euch sehr viel dankbar sein, dass ihr an dem Tag, an dem Moment daran gedacht habt, pro Sprecher in eine Spur anzulegen. Und diese Spuren laufen in irgendwie sowas rein wie ein Aufzeichnungsgerät. Ich habe jetzt hier mal einen Recorder genommen. Ich glaube, das soll sogar ein Zoom-Gerät darstellen, aber das ist auch nur so eine Vermutung von mir. Und diese beiden Spuren laufen da rein und sind zu dem Zeitpunkt auch noch unkomprimiert und werden da entweder gespeichert oder aber, und das habe ich hier über die grüne Linie dargegeben, direkt als Sound-Interface weitergegeben an einen Computer oder irgendeine andere Art von Endgerät, wo dann wiederum diese zwei Spuren, ich habe hier mal einen Screenshot noch mit eingebaut, dann reinlaufen. Das seht ihr da. Logik ist also, ihr möchtet pro Sprecher in eine Spur aufzeichnen, im Idealfall. Da können auch drei oder vier sein oder eben nur eine. Dann ergibt der Punkt ein bisschen weniger Sinn insgesamt vielleicht. Tools, mit denen ihr das machen könnt, sind einerseits, und das wäre meine größte Empfehlung, wenn ihr noch keine Ahnung habt, mit welchem Tool ihr das machen könntet, dann guckt euch als erstes Ultraschall an. Ultraschall basiert auf Reaper. Ultraschall ist ein Open-Source-Projekt. Reaper ist eine proprietäre Software, die aber über Schnittstellen ermöglicht, dass Ultraschall daran andockt. Und Ultraschall hat letztendlich einen Haufen der Features, die ihr als PodcasterInnen letztendlich auch haben möchtet, direkt in der Bedienoberfläche mit integriert. Das heißt, ihr habt einzelne Menüpunkte, die sich an dem Workflow für Podcasting orientieren. Zum Beispiel könnt ihr selbst relativ problemlos Kapitelmarken setzen. Ihr könnt eine Aufzeichnung ein Stück weit planen und dann im zweiten Schritt letztendlich dann auch aufzeichnen. Also ihr habt da ein paar mehr Möglichkeiten, auch über Soundboard und dergleichen irgendwie auch Intro- und Outro-Musik zum Beispiel einzuspielen. Eine Alternative dazu ist, und da habe ich das Logo ja auch mitgebracht, Audacity, das ist das mit den blauen Kopfhörern in der Mitte. Da die meisten, wenn sie Audioerfahrung haben, eher am ehesten die mit Audacity gesammelt haben, habe ich es mal hier mit dabei. Ihr könnt auch mit Audacity aufzeichnen. Es gibt auch einen Haufen Leute, die das tun und das auch gut tun. Das ist vielleicht nicht ganz so komfortabel, wie das mit Ultraschall zu tun. Und für den Sonderfall, dass ihr Remote aufzeichnen möchtet, das heißt, die beiden SprecherInnen sind an verschiedenen Orten, dann habe ich hier nur ein Beispiel für eine Software, nämlich StudioLink, die euch ermöglicht, dass ihr relativ latenzarm und mit einer guten Qualität auch Remote aufzeichnen könnt. Um es nochmal zusammenzufassen für die Aufzeichnung, was ihr beachten möchtet. Ihr möchtet pro SprecherIn bitte eine Spur aufzeichnen. Ihr möchtet möglichst unkomprimiert aufzeichnen. Ihr möchtet insbesondere, wenn ihr es mit mikro-ungeübten Menschen zu tun habt, darüber nachdenken, Headsets zu benutzen. Also die, die so ein bisschen aussehen, als würdet ihr mit einem Helikopter gleich fliegen. Ihr möchtet Raumklang beachten. Ein Raum wie der hier ist, hört ihr vielleicht auch nicht ganz ideal. Hier gibt es immer ein bisschen Hall. Je kleiner der Raum, desto besser. Wenn ihr irgendwo einen Teppich oder einen Vorhang habt, dann holt den raus und der Raumklang wird gleich viel besser. Ihr möchtet Nebengeräusche ausschalten, also steppselt den Kühlschrank aus, macht die Klimaanlage aus, was auch immer das ist, was Geräusche macht, aus damit. Recorder, Audiointerface, Soundboards erhöhen meistens die Klangqualität, wenn ihr sie richtig bedient, erheblich. Also denkt darüber nach, in welchem Setup ihr aufzeichnen möchtet, weil ihr euch sozusagen die nächsten Schritte sehr viel leichter macht. Und das Gleiche gilt letztendlich für Ultraschall. Ihr könnt bei der Aufzeichnung mit Ultraschall schon ganz viel machen, was ihr euch in der Postproduktion dann letztendlich erspart. Damit sind wir dann auch schon bei der Postproduktion. Und da ist es letztendlich so, dass aus den zwei Tonspuren eine Tonspur wird. Idee dabei ist, ihr hört einen Podcast meistens über euer Smartphone und ihr habt dann letztendlich irgendwie Kopfhörer drin wahrscheinlich. Die meisten Podcaster oder Podcast-Hörende hören ja eure Podcasts über Kopfhörer, so zumindest die Vermutung und Annahme. Das heißt, ihr wollt in irgendeiner Art und Weise aus diesen zwei Tonspuren eine Tonspur machen. Auf dem Weg dahin macht ihr natürlich ein paar Dinge. Ihr macht sowas wie Lautstärken angleichen. Also vielleicht seid ihr als Interviewer sehr viel lauter oder sehr viel vehementer in eurer Aussprache als die Interviewgäste. Das heißt, ihr wollt Lautstärken angleichen. Ihr wollt Hintergrundgeräusche filmen. Wenn der Kühlschrank dann doch angesprungen ist und ein gleichmäßiges Brummen irgendwo aufgetaucht ist, dann wollt ihr das hinterher herausfiltern. Vielleicht wollt ihr noch ein Intro und ein Outro, also ein bisschen Musik einbauen, Kapitelmarken und Kapitelbilder einbauen, all diese Sachen. Und ihr wollt vor allem, wenn es um Lehren und Lernen geht, auch Shownotes mit dazu schreiben. Also weiterführende Links zu irgendwelchen Wikipedia-Artikeln vielleicht oder auch zu Blogposts, irgendwelchen Forschungsartikeln oder was auch immer es ist. Die Themen, die ihr besprecht, könnt ihr annotieren. Und das tut ihr in den Shownotes. Und erst wenn ihr das alles gemacht habt, die Shownotes mal ausgeklammert, die haben eigentlich mit der Audiodatei nicht so viel zu tun, komprimiert ihr die Datei und stellt sie letztendlich zur Distribution frei. Da kommen wir dann gleich zu. Die Tools, mit denen ihr das machen könnt, sind wiederum Ultraschall und Audacity. Das sind die Programme, mit denen ihr so etwas wie Lautstärkenangleiche letztendlich machen könnt. Ihr könnt auch den Schnitt damit machen und all das. Ihr könnt auch das Intro und Outro einbauen. Aber wenn ihr keine ToningenieurInnen seid, dann empfehle ich euch, meinen Blick auf Auphonic zu werfen. Das hat mir nämlich mein Leben sehr viel einfacher gemacht, weil da letztendlich automatisiert sowas wie Metadaten und Kapitelbilder, Kapitelbilder nicht automatisiert, aber Metadaten letztendlich mit an euer Endprodukt gehangen werden. Aber eben auch so Dinge wie Hintergrundrauschen, das Anpassen von Lautstärken und dergleichen. Auphonic letztendlich für euch übernimmt und euch dabei unterstützt. Und das ist ein Service, den ich mir definitiv mal anschauen möchte, der für relativ kleines Geld relativ viel leistet. Das schaut euch also an. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann könnt ihr den nächsten Schritt gehen, nämlich die Distribution. Und wenn ihr über Distribution sprecht, dann muss ich noch einmal kurz einen Schritt zurückgehen. Man hat das hier auch nochmal rot markiert. Wenn ich Podcasting meine, dann meine ich öffentlich verfügbare Mediendateien. Ich meine nicht irgendwie innerhalb eurer Organisation oder innerhalb eurer Hochschule oder irgendwie sowas in der Art, sondern ich meine öffentlich verfügbar, über ein RSS-Feed letztendlich abgreifbar. Und die Logik dabei ist ja letztendlich nur die, dass ihr irgendeine Art von Audiodatei auf irgendeine Art von Website knallt, die ein RSS-Feed erzeugt. Das ist sozusagen das Symbol, das zweite von rechts. Und das dann wiederum macht, dass andere Endgeräte in der Lage sind, abzufragen, ob da irgendwo eine neue Mediendatei ist, die dieses Endgerät jetzt bitte runterladen möge. Das ist also eure Distributionslogik. Und ich habe mir jetzt eine Lösung rausgepackt, die so ein bisschen typisch ist für die Menschen, die im deutschsprachigen Raum podcasten. Es gibt einen Haufen anderer Lösungen. Aber das nach meinem Eindruck am anschlussfähigste Tool dafür ist letztendlich WordPress, weil die meisten Menschen in irgendeiner Art und Weise schon mal mit WordPress gearbeitet haben. Also meine Erfahrung ist, dass immer in einem Team eine von fünf Nasen hat immer schon mal irgendwo einen Blogpost oder sowas geschrieben. Und das hier ist letztendlich nicht viel komplizierter. Installiert also ein WordPress auf einer Webseite und könnt da das Podlove-Plugin, habe es ja auch mal mitgebracht als Abbildung, installieren. Und das ermöglicht euch wiederum, die Episode anzulegen und auch letztendlich automatisiert auf den Portalen, die wir zu Beginn hatten, also zum Beispiel Apple Podcasts auch zu erscheinen und euren RSS-Feed da in Anführungszeichen einzureichen. Logik ist also, dass ihr die Datei auf euer WordPress werft, über das Podlove-Plugin auch noch ein bisschen, ich muss sagen, verschlagwortet. Da ist auch ein Web-Player mit dabei. Da habt ihr auch die Möglichkeit, Kapitelbilder auf eurer Webseite anzuzeigen. Und ihr habt auch sogar die Möglichkeit, im Moment, glaube ich, noch in der Beta-Version mit Transkripten zu arbeiten. Das ist jetzt erstmal nur eine Webseite. Und wie das so ist mit Webseiten, davon gibt es viele. Wenn ihr also auch auffindbar sein möchtet, irgendwo in den größeren Portalen, weil da die Leute eure Podcasts suchen werden, dann braucht ihr eigentlich nicht viel mehr als besagten RSS-Feed. Da gibt es wiederum Kriterien, wie der auszusehen hat, wenn der zum Beispiel bei Apple einzureichen ist. Aber die meisten Tools, zum Beispiel das Podlove, nehmen euch da eigentlich auch schon einen Haufen Arbeit ab. Das heißt, wenn ihr einen Podcast einreichen möchtet, bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify, wenn ihr das denn unbedingt möchtet, oder auch anderen Plattformen einreichen möchtet, dann braucht ihr letztendlich nichts weiter als ein RSS-Feed. Ihr müsst euch bei diesen Portalen registrieren. Und dann reicht ihr das da ein. Ihr müsst schon irgendeine Art von Mediendatei haben, die ihr da einreicht. Und dann braucht ihr nur so ein bisschen Geduld. Manchmal, also ich glaube, das Schnellste, was ich mal hatte, war irgendwie innerhalb von viereinhalb Stunden, war irgendwie mein Podcast freigeschaltet bei Apple. Das hat aber auch schon mal dreieinhalb Tage gedauert. Das heißt, da werden einzelne Dinge geprüft. Irgendwann bekommt ihr eine Nachricht, Podcast ist jetzt freigeschaltet. Und dann ist der auch auffindbar mit den entsprechenden Podcast-Bildern, der Beschreibung, dem Beschreibungstext, den ihr bei Podlove eingegeben habt. Und all dem. Das ist also gar nicht so kompliziert. Zu dem Spotify-Ding. Ihr seht, ich habe da so ein Sternchen dran gemacht. Es gibt Besonderheiten in der Art und Weise, wie die Portale wiederum mit den Podcasts, die sie da anbieten, letztendlich umgehen. Die einen laden die Dateien auf ihre eigenen Server und machen sie euch letztendlich damit weniger zugänglich. Verschließen auch in Anführungszeichen die RSS-Feeds wieder ein Stück weit. Da ist Apple relativ in Ordnung gewesen in der letzten Zeit. Und ich glaube, viele hoffen, dass das ungefähr so bleibt, weil eben auch viele der besagten Podcast-Apps sich bei Apple bedienen können. Das ist bei Spotify ein bisschen anders. Da ist es tatsächlich so, dass euer Content angeboten wird und dann eben auch in irgendeiner Art und Weise über Spotify verfügbar wird. Aber eben nicht mehr über eure eigenen Server. Also die Logik ist ja eigentlich, RSS-Feeds fagt bei irgendeinem Server an und lädt eine Datei runter. Das ist bei Spotify ein bisschen anders gelöst. Führt für jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber da sozusagen nur halb acht. Weil Spotify auch gerade auf der Suche nach Monetarisierungskonzepten ist und da auch über zielgerichtete Werbung nachdenkt. Und zielgerichtete Werbung an vielen Stellen ist eigentlich die Wurzel allen Übels im Internet. Da denkt also drüber nach, ob ihr das möchtet oder nicht. Ist aber eine individuelle Entscheidung. Wenn ihr euch jetzt fragt, was nun ist, das habe ich ja irgendwie viel gehört, aber was mache ich denn jetzt als nächsten Schritt? Ich habe zwei Links für euch. Der eine Link führt euch zum Sendegate. Da findet ihr so Netzwerke wie die Podcast-Partner, die euch irgendwie auch wirklich helfen können, als freies Angebot in dem einen oder anderen Forum oder bei der einen oder anderen konkreten Frage. Da findet ihr aber auch einen Haufen anderer Menschen, die innerhalb dieser Community letztendlich mit euch arbeiten können und euch zumindest mal eine erste Empfehlung geben können. Wie immer in Internetforen, sucht erstmal ein Stück weit, bevor ihr eure Frage stellt. Also es ist gern gesehen, wenn ihr wirklich erschöpflich gesucht habt, bevor ihr irgendwo im Sendegate eine Frage loswerdet, zu welches Audiointerface soll ich denn jetzt mal nehmen. Weil meistens hatte die Frage, die ihr habt, schon mal jemand vor euch. Und die Suchfunktion funktioniert da eigentlich ganz gut. Guckt euch die mal an und stippert mal ein bisschen durch, was andere für Fragen haben. Dann merkt ihr vielleicht auch, was für Fragen sich euch eigentlich stellen sollten. Also es ist ein ganz guter Lernprozess. Ich habe einen Blogpost geschrieben, in dem es darum geht, was Podcasts ganz gut können und was nicht. Zumindest meiner Meinung nach im Kontext Lehre lernen. Das habe ich hier aufgeschrieben und in einen nicht allzu kurzen Link gepackt. Wenn ihr aber einfach in die Suchmaschine eurer Wahl macht mehr Podcasts und meinen Namen eingibt, dann findet ihr den eigentlich relativ schnell. Der ist auch an verschiedenen Orten verfügbar. Und bevor wir gleich in die Fragerunde gehen, wollte ich noch einmal meine Kontaktdaten hier kurz zeigen, dass wenn ihr Fragen habt, ihr mich auch gerne ansprechen könnt. Ihr findet mich bei Twitter unter fridelites oder per Mail unter me at christianfriedrich.org. Und dann war es das auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis später. Applaus 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 Applaus